Weil wir in der Tat Straftaten noch wollen, haben wir Probleme mit Fahrkartenkontrolle. Wie damals in der Bahn auf dem Weg nach Loschhausen. Der Hurenschaffner will unsere Tickets bestaunen. Ein paar andere Wigger werden zuerst gefickt. Direkt neben einem Ajax, der dich an einem Jacket versteckt. Nachdem er sich umwendet, dann gibt's einen Knall. Das überlebt dieser Bastard auf keinen Fall. Der Tatort wird durch Notbremse verlassen. Die Polizei kommt und will mich erfassen. Ich tauche unter und das im Rhein. Den Bullen hinterlasse ich eine Puppe zum Schein. Gebaut aus der Leiche des Bahnhofleiters. Ich schwimme ab, Strom ab, ja noch weiter. Bis ich meinen Atzen Schlüfers am Ufer sehe. Er hat Ehre und das ist das, was ich einem Bruder nenne. Und dann entkommen wir und sippen die Drogen. Danach geht es noch lange weiter. Ah. Bin mit Ajax am Buden. Mach bei Platz, da du Fuhl. Geh uns jetzt aus dem Weg. Hier kommen die Hassler-Ghanoben. Sich ihren Zaster abholen. Überall lauert Beute. Das Spiel ist leicht. Denn überall laufen Leute, die wir kaputt hauen können. Die wir kaputt hauen werden. Muckst du auf? Bist du ganz schnell unter der Erde? Muckst du auf? Hast du ein Treffen mit unserer Faust? Und ich kaufe diese Brötchen bei Bäckerei Faust. Wag siehst du aus. Du Knecht wirst gehaut. Wir ziehen unsere Nase und sind echt wieder drauf. Und wir trinken unser Bier, das vor selbst gebraut ist. Während wir entspannt auf diesem Track hier bouncen. Doch für dich wirkt es unentspannt. Ähnlich wie im Krieg. Denn es ist wieder die Uzi, die wir aus dem Ärmel ziehen. Ganz normal in der Trap. Das ist gar nicht besonders. Jeder geht uns aus dem Weg von Basel bis Bonn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.